Hallo und herzlich willkommen auf der Losberg, zusammen mit Olli und Malte. Hallo. Hi. So, ich bin schon beim nächsten Feld. Ich mache jetzt eben noch hier einmal Körnermais, weil das das nächste mit Körnermais ist. Und wechsle ich nachher das Schneidewerk und mache unseren neuen kleinen Streifen da vorne. Ich bin mit den Förderbandbandern hier gegangen. Ich schaufle gerade das bisschen hier nochmal weg, was ich schon ausgekippt hatte. Aber ich merke, dass ich Geld dazu bekomme. Hoffentlich noch einiges, dann können wir nämlich hier echt noch das Feld rechts kaufen. Ja, irgendwann ist der Bunker halt dann auch voll, da müssten wir Zeit vorspulen lassen. Ja. Aber ein bisschen vorspulen muss ja jetzt nicht so enorm sein. So, muss ich das kleine Förderband gleich noch holen. Ach, das war jetzt nur mit dem Großen? Na, ich habe jetzt nur das Große und habe da immer raufgeschaufelt, eben den Haufen, den ich schon gemacht hatte. Den kleinen, ein bisschen was im Hänger noch drin. Ich fahre jetzt erstmal das kleine jetzt holen. Ja. Ich hatte eben das Ding schnell gefahren. Ich glaube, hintereinander koppeln kann man hier nicht. Also, doch kannst du. Aber dann kannst du dieses kleine dann nicht mehr an den Raktor hängen. Okay, ja. Ja, das halt nur damit die nicht berutschen, wenn man die aneinander macht. Ja, ich muss halt zweimal fahren. Also, so viel ich weiß. Ja, ich wollte jetzt das Kleine ab. Das Große steht da ja schon. Ja. Auf jeden Fall recht nice hier mit den Förderbanden. Alles. Das wäre auch geil, wenn wir noch halt 23 jetzt kaufen, 75.000 und dann 20 dabei. Dann hätten wir einfach ein Megafeld hier in der Ecke. Wenn wir wollen. Ja gut, 20 sollte ich dann halt auch noch kaufen. Ja, irgendwann halt. Aber das ist ein bisschen teuer. Das kostet glaube ich 200 oder so. Ja, ich auch ein bisschen größer. Ich werde doch erstmal nur 22 und 23 verbinden. Weil sonst ist mir die Form ein bisschen sehr komisch, wenn ich noch 21 dran pflüge. Boah, das kleine Lizard-Förderbank überhaupt seinen Motor. Ich glaube, das ist mit Fantasieantrieb. Okay. Oh ja. Ja, Lizard ist ja eine frei erfundene Marke. Ja. Ey, was soll ich denn eigentlich machen? Weil ich bin gleich wieder mit Zen fertig. Äh, wenn du mit Zen fertig bist, kannst du gleich schon mal Feld 25, 26 grubbern. Da steht auch schon 724 mit Grubbern. Ich glaube, Gras lassen wir in dem Durchgang aus. Gut, man könnte natürlich Gras machen und wiederum Silage wieder verkaufen. Aber, weiß ich nicht, ob wir uns da so drauf konzentrieren sollen. Meinst du, das ist flügen oder grubbern? Äh, gefügt ist, also das war ja nur der eine Streifen, das war ja anderthalb Minuten Arbeit. Grubbern gleich. Aber auf 25 noch nicht, bis jetzt nur 26. Bei 25 war ich nochmal eben die paar Kubikmeter, die da angebaut sind, zusammen mit dem Drescher gleich. Das heißt, ich muss dann einfach nur, äh, den Optum jetzt irgendwo hinstellen und dann gerade reintappen, oder? So, also, ich stelle jetzt vor dem großen Förderband, das Kleine einfach vor. Oder irgendwie kann man das auch zusammenhängen, da ist einfach nur komische Kupplung. Ja, die kann man so zusammenfahren, dass man die kuppeln kann. Okay. Äh, die kannst du ein bisschen runterfahren. Die Kupplung von dem? Ja, von dem Kleinen. Mit der Maus. Okay, mit der Maus. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Das Blöde ist, wenn ich hier die Feldbegrenzung wegflüge, steht da, glaube ich, einfach im Feld so ein kleiner Strauch. Hm. Das ist nicht so schön. Finde ich ja jetzt nicht so geil. Hm. Weil bei der Maus funktioniert gar nichts irgendwie. Aber später wird hier oben in der Ecke Feld 1, Feld 16 und wenn ich dann wirklich diese ganze Ecke hier zusammenspieße, haben wir hier einfach so drei Mega-Felder, die viel größer sind als alle anderen. Versuche jetzt den Anhänger abzukippen. Was, 25 erntest du noch? 25 ernte ich gleich eben noch, ja. Guck mal, ob da was wird. Okay, ja. Bei so großen Feldern könnte man dann auch irgendwann wieder über einen neuen Draschappen achten. Ich meine, jetzt sieht es finanziell bald eh nicht mehr so schlecht aus, wenn die Silage weg ist, kriegen wir dann noch den ein oder anderen Zehntausender. Da kriege ich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht. 240.000 Literpreis sind irgendwie über 700 Euro, glaube ich. Ja, gut, sobald du einen Hänger verkaufst, geht der ja sowieso wieder runter. Ja, deshalb. Der jetzt nicht mehr jede Stunde, sondern das, so wie der Preis halt gerade will. Ja. Oh, wieder 700 Euro Einnahmen BGA. Gerade bekommen. Oder wir sparen halt wirklich mal. Ist ja auch nie verkehrt. Ja, ein bisschen Rücklagen bilden für schlechte Zeit. Ja, ich gebe jetzt auf das Förderband rauf mit Steuerung I, aber irgendwie will das nicht funktionieren. Der Hänger hängt jetzt fest. Da muss ich wirklich raufschaufeln, immer. Meinst du, das geht nicht anders? Ja, irgendwie das Zusammenkuppeln habe ich auch nicht hingekriegt. Irgendwie mit der Maustaste wollte, dass die funktionieren, das kleine Förderband. Äh, soll ich mal kurz reingehen? Ich glaube, ich habe noch nie mit dem Kleinen gearbeitet, immer nur mit dem... ...roten. Kannst du ja mal mit dem IHC kommen, kannst du dir das Chaos hier machen. Ich schau sofort. Und vielleicht ihn mal zusammenkuppeln. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir haben ja noch nie gearbeitet. Mit dem IHC? Ja, deswegen steht der bei dir, oder was? Ja, der IHC, Frontlader. Ja, gut, wo du kriegst, du hast das sowieso halt zusammengeladen. Äh, zusammengehängt. Weil ich habe ein bisschen abgekippt und dann ist halt immer was runtergefallen. Ach, jetzt habe ich ausgemacht. Ich wollte einen Screenshot machen. Hm, das kann man hier noch... Ach, kann man irgendwie einsteigen in das kleine Förderband? Ja, klar. Okay. Ah, man kann die Deichsel da so hoch machen. Jetzt läuft's. Ja, es läuft. Geldanlage. Liegt nicht so schön. Krieg ich gerade nichts mehr in den Bunker rein. Ich weiß, wäre mal auch ganz cool, wenn du den Hänger kurz wegstellt. Ja, der hängt eben fest. Da habe ich nicht mehr weggekriegt. Guck mal, ob es jetzt geht. Ich habe ihn einmal abgekriegt. Ja, müsste. Hängt er fest. Na ja, der hängt ja Förderband. Ja, das ist so ein bisschen Primelei mit den Förderbändern. Und wenn man dann noch so auf dem Haufen steht, ist das nicht so optimal. Hm, der Hänger hängt fest irgendwie. Ich muss gleichgängig gehen. Ich muss sagen, ich finde, mittags merkt man das gar nicht so. Aber Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, diese ganze Lichtatmosphäre ist auf der Lostberg richtig, richtig geil eingestellt. Ich habe ja vorhin, gut, ihr wart ja auch teilweise dabei, ein bisschen gespult, ein bisschen gedüngt und so weiter. Da hat man das echt gemerkt, gerade wenn man dann im Kuhstall war und im Kuhstall hat man so gedacht, boah, ist das dunkel. Man kommt raus und ist richtig, oh, doch ganz schön hell schon. Ah, jetzt geht der Einhänger, ich hab' ich. Das war früher einfach nicht so. Ist das drin im Förderband? Jo. Löffs jetzt. Ich bin auch, dass Geister verdienen, ey. Da kam auf jeden Fall ganz gut Geld gerade rein, über 4000 von der BGA. Auf jeden Fall nice hier, diese Förderbänder, wenn man erstmal weiß, wie das funktioniert. Ja, ist ein bisschen knüffelig. Das ist nicht so immer eben, aber wenn's läuft, dann läuft's. Wenn du zum ersten Mal damit arbeitest, dann... Ach, ich hab' nur mit diesen hier selbstverbahnen einmal Dünger überladen, mehr hab' ich nicht gemacht. Also Dünger, also großen Düngerstreuer überladen, aber mehr hab' ich nicht gemacht. Fahrst du mal kurz der Hänger, kurz weiter vor? Jo. Ich hab' die nur bei den Rüben-Party, also Rüben- und Pappel-Party, haben wir die in Benutzung gehabt. Warte mal, wohl bei Pappel-Party? Ne, da haben wir geschoben. Da hatten wir die gar nicht genutzt. Wie kann man die jetzt zusammenhängen, also wenn man innen ist und die, kann man die ankuppeln, also. Ähm, auf die richtige Position fahren, IQ drücken. Ja, hier ist jetzt ein kleiner Berg und da soll ich den mal weg schaubeln. Äh, ja, wer... Ja, aber man muss gucken, in welchem Winkel, in welchem Bereich das am schönsten aufnimmt. So, wo steht denn eigentlich das große Getreideschneidewerk? Oh, so. Hier? Nö. Oh, eben, ich hatte die Schaufel noch vorhin, so. Da? Nö. Okay, jetzt ist das Förderband. Mal zeigen, äh, gibt es nicht mehr... Noch ein bisschen was in der Schaufel zwar drin, aber gucken mal, wie ich es... Hier rein kriege ich ja erstmal. Ist das denn? Da. Okay, ich bin vor allem über diese Haufen da nicht rüber gekommen. Da der Motor nicht geschafft. Das Förderband, da musste ich den Trecker nehmen. Ah, hier steht's. Ich hab schon die ganze Zeit gesucht, wo ist dieses Schneidewerk? Ich steig jetzt auch mal in dieses Förderband ein. Kleine. Ja, bringt grad eher nichts, weil ich hier... Ja, grad kam wieder ein Schwung Geld rein, also ich hab grad wieder einen Schwung verkauft. Aber so richtig fließend kriegt er das grad noch nicht hin. Ah, da kann man diese Deichsel hinten... Ich glaube in der Zeit hättest du den jetzt auch leer schoffeln können. Ah, jetzt hab ich... oder? Äh, fahr mal weg. Achso. Vielleicht hab die jetzt angekoppelt. Ja, das kann ich nur mit dem Größen... Großen das machen. LKW Anhänger, Zugmaul... Dings hier... Bewegen hier oben. Äh, fahr mal kurz mit dem Kleinen weg. Kleinen Förderband. Ja. Oh, der nimmt hier grade... Ist alles... Frech. Boah, der Fendt ist einfach so hässlich mit der Pflegebereifung. Boah, ist der kleine 300er? Mhm. Es gibt einfach keinen Schlepper, der mit Pflegebereifung gut aussieht. Finde ich. Ist halt einfach... Der Reifen ist einfach so hässlich. Da kann der Schlepper so schön sein, wie er will. Und stimmt schon. Aber wenn man Fruchtzerstörung drin hat, was wir heute nicht drin haben... Aber... Meistens haben wir die ja drin. Ich hab sie rausgenommen, letztens zum Wiesn machen. Wir könnten ja auch mal den Proceed-Mod mit reinnehmen. Und die Dings... Ähm... Die Schaufel von Fliegel. Von WModding. Ja... Äh... Du meinst die... Äh... Hier... Ähm... Zum... Saubermachen, ja. Ja. Zum Saubermachen und... Äh... Dieses CS-Pack sollte ich noch nehmen. Und... Der Proceed hat halt den Vorteil, kannst du Fahrgassen schön mit sehen und so. Ja. Der ist ja jetzt auch mit dem coolen DLC kompatibel. So. Mit Fahrgassen und so hab ich eigentlich selten bis nie gearbeitet im LS. Gab's ja eigentlich in jedem LS bis jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass das gemacht wurde. Früher im LS11, LS13 gab's dann immer so Sämaschinen, die immer... den Bereich bei den Rädern halt selber freigelassen haben und sowas. Sonst müsste das eigentlich kurz mal funktionieren. Aber halt immer, äh... Nicht alles auf einmal, sondern immer solche Stöße und dann wegarbeiten lassen. Okay. Also es sieht auf jeden Fall gerade ganz gut aus. Es kommt Geld zusammen. Aber ich muss jetzt erstmal wieder einen Anhänger voll machen. Ja, du hast jetzt quasi gerade das Förderband wieder verdient. Vom Geld her. Ja. Für die Aktion haben wir ja extra den Drescher gemietet für eine Stunde. Das hat sich finanziell jetzt auch nicht unbedingt gelohnt, weil das hat glaube ich 50.000 oder so gekostet, die Stunde Häcksler fahren. Und das komplette Silo beim Kuhruf soll jetzt leer oder was? So wie ich das verstanden hab, ja. Äh... Ja. Brauchen wir ja nicht mehr, weil wir jetzt ja Ballen machen. Also die Lage Ballen. Hä? Manchmal ist das bei dem komisch, mit dem Fahrgestell. Was ist mein Fendrescher? Ja. Wenn der aufgeklappt ist, muss der jetzt auf oder zu sein beim Schneidewerk runternehmen. In der anderen Stellung kann man das runternehmen und in der anderen ist es eng. Ne, also in der einen geht's gar nicht und in der anderen ist es eng. Ne, ich glaub, der Drescher muss zugekloppt sein. Ah, da hatte ich's das gerade falsch. Ich hab mich schon gewundert, warum mich der überall hängen bleibt. Das geht ja nicht. Aber jetzt geht mein Pingstern. Ja, im zweiten Fahrsilo steht auch noch der Bredal-Dünger-Streuer. Ja. Damit müssen wir ja auch bald mal wieder dümen. Aber ich sehe gerade, wir haben's für heute schon wieder geschafft. Okay. Und der MB-Truck müht sich gerade ganz schön ab. Also der hat gerade ganz schön Last mit 34 Kubikmeter an Mais, an Körnermais. Das merkt er wohl, dass da was dranhängt. Gut, aber ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.